Musik Ich gratuliere Mehr Demokratie e.V. ganz herzlich zum 25-jährigen Geburtstag. Ich wünsche alles, alles Gute. Ich freue mich, dass das Thema Mehr Demokratie wirklich inzwischen auch ein großes Thema geworden ist in Deutschland. Menschen stehen natürlich zur repräsentativen Demokratie, wie ich auch. Ich finde das auch eine sehr tolle Staatsform, aber ich glaube, es gibt auch ein größeres Bedürfnis inzwischen, dass direkte Demokratiemöglichkeiten auch wahrgenommen werden. Und deshalb finde ich, die Initiativen und auch, dass ein Verein sich wirklich auf den Weg macht, seit so langer Zeit für mehr Beteiligungsrechte zu kämpfen, sehr, sehr gut. Und ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch jetzt größere Fortschritte machen in dieser Sache. Alles Gute, sie dienen der Demokratie, wenn ich das so altmodisch sagen darf. Aber Menschen wollen mehr beteiligt werden und deshalb ist es eine gute Sache, dass sich dieser Verein verschrieben hat.